Volltreffer! Da reicht's leider. Was ist los? Woher kommt die Schiss rein? Es wird aufgeblasen, aber es muss... Bonzen. Überall Bonzen. Ich fließe ab, von uns zu beklopfen. Mach ich's nicht zu spät. Zu spät? Er ist nicht in der Bunker. Verrat! Bringt sie mir Felge rein! Felge rein! Felge rein! Felge rein! Wenn ich tot bin, werdet ihr auch genug Politik machen, um diesen Umständen zu führen. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer? Steiner? Steiner? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Wer schickt sie? Wer schickt sie? Wer schickt sie? hidden?